Also wirklich. Nacht Nummer 2. Mal gucken, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach hinten. Ich denke immer, da hinten steht einer, wo der Sessel ist. So, haben wir hier noch irgendwas dreckig da? Da ist noch eine Buddel, da steht ein Becher. Genau, 6 Dinger müssen wir jetzt sammeln. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns da reinwerfen, triggern wir. Alter! Das kleine Spielkind. So, jetzt haben wir die 5 Menüs. Und das da ist, dann haben wir nur noch 4. Die Tour macht auch ganz schön. Ganz schön Lärm, ne? Was ist denn das jetzt? Ey. Ist ja nicht wahr. Ach Gott, das müssen wir auch alles einzeln machen. Ja, jedes Mal, wenn du was reinwirst, wird getriggert. Komm, ich muss da ran. Ah, süßige Feder. Das ist nicht lustig. So, zwei Essensteile brauchen wir noch. Machen wir denn hier, da einmal die Pulle. Und jetzt da hinten noch den, da den Becher. Irgendwann springt die Musikbox an und ich mach mir derbe ins Hemd. Grillt ja schon wieder den Fisch. War auch immer die Scholle zu braten. Du bist tot, du kannst eh nicht essen. Was ist ehrlich? Da springen doch bestimmt später auch noch die Autos und so an, oder? Ich sehe immer die Wände so spiegeln. Der hat Hunger. Schussi. Guck mal, der hat echt Hunger. Der schmeißt immer wieder in den Fisch ran. Was sagt die Uhr? Vier Uhr gleich, oder? Ja. Ich höre kein Telefon. Noch nicht? Ich glaube noch nicht. Nee. Ich darf hier nicht raus. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist noch an, oder? Obwohl, nee, der Gorschpegel ist ja niedrig. Das sind die Ventilatoren, die gerade an und sind. Na, Herzen? Also, wie gesagt, schon wieder. Der hat wirklich Hunger. Der macht sich gerade die Flunder da warm. Aber das Wichtigste ist halt, glaube ich auch, dass oben rechts die Menüs, dass sie die Zahl, dass sie die Zahl immer schön... So, jetzt gehen wir erst nach hinten. Weil hinten brauchst du immer am längsten. Da, Schackel. Mein Rennen macht zwar auch Lärm, aber wir müssen sieben Menüs da reinsammeln. Und das wird ja ziemlich knapp von der Zeit auch. Irgendwann. Verdammt. Nee, hier nicht. Verdammt. Ist zu laut. Hier? Oh, fuck. Wo ist denn das Telefon? Da. Aber es ist für wenigstens, wie das Telefon sich anhört. Mensch, Junge. Alter! Aber die Lache ist echt böse, oder? Hier hat er schon wieder gelacht. Also immer, wenn er das Lachen hört, hat er irgendeinen Scheiß gebaut. Ich glaube, der Staubsauger ist an. Was eine Nase, ey. Aber dann sind die, glaube ich, hier hinten alle sauber, ja. Müssen wir nur noch vorne machen. Ey, die Lache ist göttlich, oder? Ja, ja, jetzt versucht er... Jetzt wird er hartnäckiger. Und ich stehe fast daneben, Alter. Irgendwann sitzen, glaube ich, auch hier Leute an der Theke. Das wird auch noch spaßig. Und ich glaube, die sind nicht so leise. Eins fehlt mir noch. Eins. Da, die Pulle. Beeilung. Lauf schon für eine Viertel. Na, drei. So. Und das ist der Fisch, oder? Hä? Bist du das? Nee. Was ist denn jetzt hier an? Ah, der Staubsauger. Scheiße. Mann. Das ist auch ein geiler Job, oder? Was könnte deine sein? Kühlschrank? Nee. Oh, was war denn das jetzt? Oder hat der die Eismaschine? Irgendwas hat er angemacht. Oh. Oh. Nacht vorbei. Der hat im Ballzimmer das Wasser angestellt. So weit bin ich aber leider nicht mehr gekommen. Gott sei Dank war die Nacht jetzt rum. So. Acht Menüs. Wow. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, glaube ich. Oh, wow. Hier steht aber eine Menge. Hallo. Ich glaube, wenn die Nacht nicht vorbei gewesen wäre, wäre jetzt der andere da aufgetaucht. Du kannst ja wirklich nur jedes Teil einzeln wegbringen, ne? Oh, wo ist das denn wieder? Drüben im Büro, oder? Warum? Komme ich da dran? Nee, natürlich nicht. So, sechs Stück. Da ist noch ein Becher. Hallo? Jetzt hat er, glaube ich, den Straubsauger wieder angemacht. Alter! So, da ist einer. Ich glaube, je nachdem, was wir nehmen. Was ist das? Alter! Mann! So, alle, alle, alle. Alle, alle. Leer, leer, leer. Drei Stück müssen noch sein. Da ist eine Pulle. Jetzt hat er schon wieder den Wecker angestellt. Höre mal. Hier ist kein Essen. Oh, die Nacht ist gleich rum. Übersehe ich irgendwas? Da! Da ist noch einer. Eins noch. Jetzt hat er mir schon wieder den Lüfter angemacht. Wo ist das letzte Essen? Oh, Chrissy, ich sehe es nicht. Theke? Ist nicht. Da! Boah, gleich 6 Uhr! Schnell! Ach! Ja, besonders, wir haben auch gleich 6 Uhr, ne? Schicht Nummer 4. Also, wenn das jetzt schon so ausartet, möchte ich nicht wissen, wie Schicht Nummer 15 oder 30 ist. Dann wirst du wahrscheinlich einen Koller kriegen.